Die Co-Vorsitzende der AfD, Alice Weidel, hat ja nun ihren persönlichen Referenten entlassen als Reaktion auf den sogenannten Deportationsgipfel von Potsdam. Kann man sagen, das Thema ist damit erledigt, wenn selbst jetzt die AfD offenbar auf Distanz geht? Nein, das war gestern eine Farce, was wir erlebt haben. Da gibt es dieses Bauernopfer, das ist Augenwischerei. Es gibt kein Wort der Reue, keine Distanzierung, keine Entschuldigung bei Millionen Menschen, die die AfD in Angst und Schrecken in diesem Land versetzt hat. Und das zeigt ja auch, dass die AfD genau diesen Weg gehen will. Es gibt AfD-Abgeordnete, die sich im Netz dafür feiern, dass man diese Massenvertreibung aus Deutschland durchführen will, wenn man die Macht hat. Und dann gestern diese Angriffe auf die freie Presse in diesem Land. Die AfD tut so, als ob sie Opfer wären, aber in Wirklichkeit sind sie Täter und wollen eine ganz andere Republik.